Gegengift. Krank. So. Reicht. Gäfer sammler. Oh nein. Hoffentlich wieder keine Hundi. Oh nein. Gun...Gun Golf. Klar, Gun-Golf. So nenne ich auch Leute. Ach ja, er ist ja ein Elektro-Tacke. Ich blöd, Mann. So. Level 9. Seht ihr? Seht ihr? Keine 100% Chance. Und wir wurden 5 mal hintereinander vergiftet von diesem Scheiß. Das gibt's doch nicht. Naja. So. Kokuna. Ja, Kokuna ist wesentlich so nervig. Zack. Dafür ordentlich Erfahrung. Sparky. Mh... Pokémon. Mischband. Oh, herrne. Naja, egal. Bringt ja nix. Tschüss. So. 8. Donnerwelle. Oh, Donnerwelle ist cool. Und noch ein Raupi. Zumindest keine Giftstache. Kann uns höchstens verlangsamen. Raupi ist, glaub ich, er will 9, oder? Ja. So. Im Fahnschluss wird dir nix bringen, denn du hast jetzt eine halbierte Initiative durch die Paralyse. Und wir können einen schönen Donner-Schock. Puff. Und das ist auch ein Schellner-Nebeneffekt. Ist nicht angreifend durch Paralyse. Zack. Und dann kann man ja lachen über diese 4 Damage. Perfekt. Und ein Sufkorn. Nein, wir brauchen nicht wechseln. Wir können das Sufkorn so plätten. Ertner. Stört uns nicht. Elektro-Danken sind speziell. Uff. Keine Nachten sollte es reichen. Also am Glück haben wir natürlich wieder einen Zufallswert nicht auf unserer Seite. Und wir können dann nochmal. Ja. Wie erwartet. Dafür sollten wir dann Level 9 werden. Wenn Sufkorn alleine relativ Erfahrung bringt. Ja. Perfekt. Gangolf. So. Hallo. Warum schaust du mich so fasziniert an? Meine Ahnung. Schon wieder eine Gehörer. Was haben die alle mit dem Anschrauen? Die andere war auch schon angepisst, als wir sie angeschaut haben. Frederike. Radfratz Level 10. Mit Donnerwellen. Beteiligung sinkt. Na ja. Zack Na Spezialverteidigung doch Oh nein, halbierte Verteidigung Das ist schon mal doof Dafür kann es nie an Das ist immer noch schneller als wir Holy shit Ach ne Die Meldung wird ja mal vorher angezeigt Okay und down Der wird 10 Radfratzen Mal gucken wie viel Erfahrung das bringt Oh gut Nidoran Weiblich Donnerwelle Perfekt Und es ist sofort paralysiert Ah super Kaching Oh Gott Ach ja, wir haben noch unsere Halbierte Verteidigung Das kann natürlich nicht so Vorteilhaft sein Naja Bei der Spezialverteidigung geht ja echt ab Naja So Frederica wurde besiegt 160 Pokedop Jedab Jetzt rennen wir nochmal zurück Sparky hat ganz schön was eingesteckt Du 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 in den Mondberg, dann können wir wieder neue Pokémon fangen. Dann können wir für unser Team auch mal Gestein-Pokémon sammeln. Und wir können statt Boss auch ein Zug annehmen. Das wäre auch ziemlich cool. Hallo? Meine neuen Pokémon wollen kämpfen. Neue Pokémon, das heißt, obwohl sie haben sich entwickelt. Oh oh. Ah ne, Raupi und Cornilio oder so. Ne, 11 war Raupi. Donnerwelle. Ah ja. Fadenschuss. Schnarch. 5 Donnerschock. Paff. Paff. Es geht. Drei Angriffe, wenn wir Glück haben. Ah ne, wir müssen vier werden. Schnapp. Dafür sind wir danach Level 10. Ist ja super. Tschüss. So. So, ich denke, das nächste kommt von Helio. So. Okay. Saftkorn. Na, das ist besser. Ich möchte nicht wechseln, aber ich möchte mir kurz was angucken. Wie sieht denn unser Pikachu eigentlich von den Werten hier aus? Sachtes Lesen. Hm. Ähm, Donnershock. Da bauen wir keine Donnerwelle. Dauert zwar ein paar Angriffe, aber unsere Fassliere Level. Ja, drei, wenn ich Glück hab. Ja, das können sogar wirklich drei sein. So, komm. Puff. Perfekt. Ja, fast Level 11. Gernot. So, das war Gernot. Jetzt können wir mit ihm hier reden. Ich habe meinem Bruder gesagt, er soll Shorts anziehen. Achso. Und du bist Ansgar. Das ist ein Habitag. Ja, natürlich. Ein Habitag natürlich. Level 14. OMG, Alter. Meine Fresse. Ah, Statik. Donnerwelle bringt das gar nichts mehr. Na gut. Eieieieiei. Naja. Beutel. Krank. So. Au. Au. Zweimal getroffen ist recht. So. Donner Shock. Solche One-Hitten. Das ist sehr effektiv. Ne, sollte nicht. Ne, die vier Level machen es doch. Naja, wir sind schneller. Deswegen ist der Silberblick sein Todesurteil gewesen. Jetzt vorigen Schlag einsetzen müssen. Aber ne. Tschüss. Das bringt jetzt ordentlich Erfahrung. Vielleicht kommen wir schon mal Level 12. Na, 11,5. Ruckzucki. Oh. Angriffs senken. Verteidigung senken. Angriffs senken. Komm weg. So. Ja, ne. Nicht mal 11,5. Habe ich mich ganz schön überschätzt. Naja. So. So. Und der hier. Ja, jetzt muss man noch die Göre hier. Ne, die rede nicht. Huch. War das etwa Annäherungsversuche sein? Nein. Ein Pokémon. Bummelow. Von Göre Wappen. Hochlevel 14. Je weniger Pokémon ein Trainer hat, desto stärker ist das einzelne Level. Naja. Dann wäre es von Anfang an schneller gewesen. Wird ja kein Gesang. Pfund. Eieieieieie. Das Paralyse, dann kann ich angreifen. Perfekt. Donnerschock. Oh mein Gott. Hm. Das meine ich. Ah, Konga wird sich darum kümmern. Perfekt. Hm. Karatschlag. Perfekt. Tschüss. Joa. Bleib mir fern. Rum. Gibt es hier eigentlich gute Pokémon? Na, hand auf sie. Tschüss. So. Da ist noch ein Trainer. So, und jetzt mal ins Pokémon Center. Willkommen im Pokémon Center. Wir werden deine Pokémon machen. Sie sind wieder fit. Ah, perfekt. Danke. Okay. Ich glaube, einen Kampf schaffen wir noch. Kämpfst du überhaupt? Puh, ich muss eine Pause machen. Oh, der Weg durch den Tunnel aus Azurias City ist sehr beschwerlich. Ich weiß nicht. Wollen wir mal gucken, ob da noch ein Pokémon ist. Wieder nur ein Taubsi. Was mit dem Taubsi ist, ist hier wohl gang und gäbe. Sonder Schock. Ja, das ist Erfahrung. Okay. Das ist ja der Felsorden. Du hast ihn von Rocko bekommen, oder? Rocko ist cool. Er ist nicht nur stark, sondern auch beliebt und respektiert. Ich möchte auch Erinnerlter werden. Wie er. Aua, ich bin über einen kleinen Stein gestolpert. Ein Stein-Pokémon. Wieso sagen wir ein Stein-Pokémon? Hm. Mondberg. Joa. Ich muss doch irgendein Pokémon geben. Irgendwas anderes. Was Neues. Habitak! Also schadet nicht, es zu kriegen. Wobei. Ne. Da finde ich Boss doch besser als Habitaks. Wobei. Ach Mist. Ne, ist egal. Ich kriege später noch genug Habitaks. So, aber ich würde jetzt erstmal fürs Erste sagen. Wir gehen nochmal ins Pokémon, sind wir heilen nochmal schnell. Wir haben noch ein bisschen AP verloren. Ah. Ah, Entspannung. Huh. So. Ich würde jetzt sagen, wir haben ja jetzt schon, ich habe jetzt schon eine ganz schön lange Runde aufgenommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann reden wir nochmal mit allen Typen in den Pokémon Center und werden dann den Mondberg abklappern. Dann Azurian City machen und so weiter und so fort. Ich freue mich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Euer Bay Jim. An immerhin. Und dann pace can.